Tja, wenn er Suga fächert hat, siehts jetzt auch nur Elbasir am Anfang, den Lotus gewählt hat, ja. Nö, sieht nicht so aus. Okay, dieses Auto und ich sehen können, da muss man, glaub ich, sehr vorsichtig rangehen. Hm, wer ist eigentlich blau? Sky ist blau. Eine Runde außen lang fahren. Uh. Ich fahr hier auch mal ein bisschen außen lang. Oh, der Sprung. Hm, schwierig. Uh, der Sprung okay. Oh, das ist wirklich mehr �τέ bathtub. Okay. Okay. Das ist die letzte Runde. 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 Das ist die nächste Runde. Nein, nicht mehr ansatzweise. Immer dieselben Kurven. Nein. Wie, immer dieselben Kurven? Ja, es gibt zwei Arten von Kurven. Links und rechts. Gut, bei Jaguania gibt es noch mehr. Es gibt noch hoch und runter. Letzte Runde. Du kannst übrigens auch, aber es ist offenbar sehr auswendig, in Blender Strecken machen. Also du musst gar nicht den Streckeneditor nehmen und da aus Blöcken zusammensetzen. Du kannst echt in Blender die Linien, also ja, die Strecke halt eben machen. Kommt immer mal wieder vor, dass manche das machen und es sieht schon echt krass aus. Ja. Also gut, ich gönn dir noch einen Sieg Aber jetzt muss es aber auch reichen Jetzt ist es genug, ne? Jetzt reicht für heute Ja, Sieg nur an dir Hätte ich mal heute Lotto gespielt Du bist's weiter Ja, hoch Ja, vielleicht nicht das optimale Auto für die Strecke Also wenn schon Ich meine, ich mag das Auto und ich mag die Strecke Aber diese Kombination Ich mag die Strecke Was hörst du denn? Ich... Die scheiß Kiste trägt voll raus, ey. Ja, es ist kein CLK. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen war. Der untersteuert ein bisschen mehr als der CLK. Ganz klein wenig. Sehr feines Detail, die meisten merken das gar nicht. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du hast das Rennen gewonnen! ZDF, 2020 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 Ich rede nicht mehr, bis ich erster bin. Totale Scheiße. Wie, du willst den ganzen Tag nicht mehr reden? Das ist aber hart. Oder sogar die ganze Woche? Falls du es dann nächste Woche schaffen solltest? Vielleicht, wer weiß. Ein Schweigengelübde quasi. Ein Schweigengelübde quasi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die letzte Runde. 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 Zu wenig Runden. Schiebung. Na gut. Das ist die letzte Runde. 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 Entscheidende Kehrtwende. Du hast so viele Rennen am Stück gewonnen gehabt. Die letzte Runde. Glockenzuheißen. Der Sec. 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 Also, die F1LM-Götter meint es gut mit uns. Ich habe einen Schimmer mit dem LB-15. Hm, tja, sagt mir jetzt halt eben gar nichts. LB-15, kein Schimmer. Haha, tschuldigung. Sah völlig normal aus, wie du da lang gerutscht bist. So, wie die F1LM-Götter haben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du hast gewonnen! ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine letzte Runde! 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 Das ist eine letzte Runde!